Oh, hey, endlich. Ich rufe schon seit Tagen nach dem Service. Service? Alles okay? Ja, die Haushaltshilfe ist vor Tagen weg. Du bist echt spät. Und ich bin nicht okay, okay? Du musst für mich zum Supermarkt runter und Batterien für die Fernbedienung und Chips besorgen. Du sollst einen Schlüssel zum Waffenarsenal haben. Den brauche ich. Dort draußen läuft ein Zombie-Ausbruch. Weißt du überhaupt was davon? Äh, der muss hier doch irgendwo sein. Äh, da ist er. Genau hier. Toll. Kannst du ihn mir geben? Hey, du musst mir den Schlüssel geben. Die Waffen aus dem Waffenarsenal könnten Dutzende von Leuten retten. Oh, eigentlich weißt du was. Ich glaube, ich brauche etwas Kohle. Verstehst du? All das Gequatsch hier. Oh Gott, mach mich. Mach mich, Eichelüte. Ich glaube, du gehst jetzt lieber, okay? Okay, okay. So, was müssen wir machen? Komm her! Scheiß Helikopter. Spüre Teddy auf. Da vorne, okay? What the fuck? Ich muss die Sicherheitssysteme lahmlegen. Okay, Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins. Oh, tut mir leid. Du wolltest du was. Okay, aber bisher, äh, im Vergleich zu den anderen wirkt er recht normal, oder? Nummer zwei. Oh, Mann, Alter. Chill mal, ja? Ist auf jeden Fall ein sehr geselliger, chilliger Genosse. Gefällt mir. Oh, er wird sauer. Wir machen anscheinend das Richtige. Weil das Spiel uns ja auch sagt, wir machen das Richtige. Deswegen machen wir das Richtige. Versteht ihr, was ich meine? Warum lässt du mich nicht schlafen? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Oh, ne dunkle Sonnenbrille. Hast du wenigstens Chips dabei? Diese Leute brauchen den Schlüssel. Wow, ihr Schweine. Du wirst sterben. Oh, shit. Gut, die behindern sich selber. Die kommen da gar nicht raus. Ich muss ausruhen. Kannst du mal damit ausgehen? Wie viele von denen gibt es? Nein, 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 bitte. Nicht wehtun. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was? Äh. Äh... Okay. Das war ein wenig... Naja. Ja. Naja. So. Trifft es, glaube ich, ganz gut, oder? Fand ich jetzt nicht so geil, den Kampf. Besonders im Vergleich zu den anderen. Naja. Genauso wie die Partyhandschuhe, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Achso, stimmt. Gerade, wo ich da ins Auto einsteige. Ich kriege da auch immer noch Fragen oder sowas, oder beziehungsweise Kommentare, warum ich da nicht so oft, äh, äh, Fahrzeuge bauen würde. Da frage ich mich auch immer, sag mal, guckt ihr eigentlich das Let's Plane? Da habe ich mich nicht schon mehrmals dazu geäußert, ey? Habe ich nicht schon mehrmals gesagt, dass ich nicht ein großer Fan bin von den Fahrzeugen? Ich glaube schon, oder? Habe ich das nicht schon mehrmals gesagt? Und dass ich keinen Bock habe, erst mal fünf... äh, das eine Auto zu suchen, dann das andere Auto zu suchen. Und dann gucke ich dorthin, wenn hier, so wie jetzt, sowas nebeneinander steht. Gerne. Gerne, ja. Kein Problem. Können wir gerne machen. Ja? Die Motorrad-Walz ist ja auch geil, aber ansonsten, äh, pfff... Wäre ganz cool, wenn Leute, die auch kommentieren, die Videos auch mal richtig schauen würden. Das wäre super nice, ey, wenn das... wenn es das geben würde, auch viel zu gerne. Das wäre richtig geil. Das wäre mal richtig geil. So, wie fahre ich denn jetzt am besten? Jetzt hier erstmal geradeaus, dann durch die Stadt, am Stern vorbei, also hier so, zack, dann hier durch. Ja, alles passt, oder? Ey, Alter! Ah, Mist. Ist ja voll wenig los hier. Hallo? Achso, du, ja, nee. Passt schon, Kumpel, passt schon. Ey, ich brauch nix. Nein, da ist ne Barrikade, oder was? Nein! Seit wann ist denn die Straße geschlossen, sag mal, äh? Ist das was Neues? Warte mal, kann ich hier rechts ab? Kann ich hier rechts runterfahren? Okay, ja. Alter, das ist so laut! Jetzt ist da runter, ja, genau. Alter, Leute, ohne Witz. Wenn ihr irgendwas zum Boosten braucht für die Kills, nehmt ihr auf jeden Fall die Dampfwalze. Hammergeiles Ding. Guck mal, wie der Counter da hochgeht. Ey, das ist da nicht mehr normal, sag mal. Zieh dir das rein, ey. Zieh dir das rein. Eifer nur heftig. So, wir müssen erst den Weg jetzt mal finden, äh. Alter! Wie viele Zombies! Kommt man da eigentlich noch in durch den Tunnel? Geht das eigentlich überhaupt, ne? Dass man hier durch? Ja, klar. Muss ja. Jetzt hier bitte runter. Kommt man da durch, wort? Wie war denn das? Kann man hier durch? Ja, ja, ja. Oder? Oder ging das? Oder war da hinten irgendwie... Moment mal. Ist hier echt noch, äh... Oben drauf. Oh, da hinten ist noch eine Figur. Wieso habe ich die denn beim letzten Mal nicht mitgenommen? Hier waren wir doch schon mal. Alter. Da ist so eine scheiß Erinnerung. Wie komme ich denn da ran? Das kann man nicht kaufen. Ja? Ja? Ne. Ja, natürlich. Ja, komm, komm. Der nächste direkt auch noch hinterher. Tötet 10.000 Zombies. Ja. Ich habe 15.000. лесen. Bis zum Fahrzeug. describing. Ich hab's schon... Ja genau sieht's aus Nein! Scheiß drauf Oh! Wow, komm komm komm! Vielleicht machen wir ja sogar das Level noch Naja, das sieht nicht gut aus Das sieht schon besser aus Nein, jetzt habe ich mein Dings verloren Nist Wollen wir noch was futtern, ne? Nicht zu weg ZACK 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 BOOM! Hadouken! BAM! Oder nicht? Neh ne, ne! Wer denn? Aufwärtsschlag? Upper Cut Star? Sozusagen von unten nach oben, ihr wisst bescheid. So, da vorne müssen wir jetzt hin, äh. Jetzt einfach nur da rein, save, haupte. Ich hab die Nase voll! Ey, ohne Witz, wem sagst du das, Kollege? Ach du Scheiße, Mann! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Das wird's jetzt! Ich muss gerade mal echt aufpassen, dass ich nicht sterbe jetzt. Ich sag's noch! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit!